Beauti-Mogul Judith Williams, erste Schminktest mit einem Jahr Judith Williams, 45, führt ein extrem erfolgreiches Beauti-Imperium. Mit ihren Luxusartikeln setzt sie im Teleshopping Millionen um und gibt ihr Wissen auch in der Gründershore die Höhle der Löwen an junge Unternehmen weiter. Ihre Faszination mit Schminke und Kosmetik geht sogar bis in die früheste Kindheit zurück. Mit eineinhalb habe ich mich zum ersten Mal geschminkt und unsere Berserkatzen noch dazu übrigens mit einem pinken Littenstift meiner Mutter, erklärte sie Promiflas jetzt bei den Bunte Beautidaus in München. Bis zum nächsten Mal.